Heute ist es Friday, der 13. Aber nicht, wir spielen nicht, nein, nein, wir spielen das bei Toastbrot. Und ich spiele es nicht alleine, nein, auch meine süße Freundin ist auch da. Ja, hallo zusammen, schön, wenn ihr ein bisschen zuschaut und dabei seid und Spaß habt an diesem gruseligen Tag. Ja, sehr gruselig. So gruselig ist es, wenn ich mich in den Spiegel angucke. Das ist der schlimmste Horrorfilm in der Welt. Okay. Trommi. Da denke ich immer, der Ernst schickst du halt, wieso nicht, warum. Okay. Okay. Ein paar Testrunden haben wir hinter uns, die Killer waren echt schon nicht sehr nett. Nein, die waren nicht nett. Ja, und auch das Spiel war nicht wirklich nett für uns, das fing sofort an zu lacken. Ja, deswegen hatten wir gewartet. Ah, guck mal, der Artist ist da. Ja, hey. Artist, Junge. Ja, uns geht es gut und dir? Also mir geht es gut. Mein Tobi, der kann für sich alleine sprechen. Ich hoffe, dir geht es auch gut. Also Artist, schlechte Menschen, jetzt immer gut, würde ich mal sagen. Also, bei mir ist alles fit im Schritt. Und bei dir? Wie geht es dir? Na, der hört sich doch wieder an. Auf jeden Fall. Ja, also für mich ist Freitag, der 13. auf keinen Fall ein Unglückstag. War es noch nie und, nee. Bei dir so, Artist? Also, ich finde, es ist eigentlich ein richtig heißer Tag. Ich mag Freitag, der 13. Ich mag dieses Gefühl. Irgendwie so ein gruseliger Tag und so. Freitag, der 13. Aber es ist noch nie irgendwas Schlimmes passiert. Soll auch nicht. Also, ich will es jetzt auch nicht heraufbeschwören. Hast du gelesen, Süßer? Ach, na, das ist doch schön, wenn du dich gut fühlst. Also, da fühle ich mich aber sehr geschmeichert. Da werde ich ja rot wie eine Tomate. Ja, ich zwar nicht, aber es ist auf jeden Fall schon mal schön. Ja. Also, die Partys gehen heute hier auf jeden Fall schon mal relativ schnell. Ohne Zusatzblutpunkte oder so. Ja. Lea, Jill, Sarina und Yui. Eine Mädelsrunde. Schau auf. Ah, der Mashala hat gerade gefragt, ob du mal die Elodie spielen kannst. Klar, gerne. Nächste Runde. Ihr könnt mir gerne auch sagen, weil wir wenig spielen sollen. So ist das nicht. Und hi, Mashala. Ich hoffe, du hast auch einen schönen Tag gehabt. Na, da gucken wir mal. So. Also, bisher haben die... Hast du nicht gehabt? Warum nicht? Ist doch Freitag der 13. Ist doch eigentlich ein schöner Tag, oder nicht? Hast du das Spiel? Freitag der 13. gespielt, Artist? Echt jetzt? Okay. Ja, ich habe es immer nur auf YouTube geguckt, aber selber gespielt nicht. Auch nicht schlecht. Ja, passt, ne? Passt ja einfach. Ja, also heute die Runden, die lecken. Also, es ist wirklich teilweise richtig schlimm. Oh, Hellenfield. Okay. Alles ist besser als irgendwo drin. Ja, alles egal. Wenn ich bei Hellenfield nie viel Glück habe, warte mal, wenn ich gerade vom Gin weg... Oh Gott, der Doktor. Ernsthaft? Oh, oh, oh. Äh, ich bleib hinter der Hacker, also ich werde gar nicht laufen. Was? Ja, Mashallah, das tut mir aber jetzt richtig leid. Oh Gott. Das ist ja furchtbar. Oh nein. Nein! 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 Geh weg! Oh, ich bin so ein Glückspilz, ey. Ich kann mich nicht so gut umdrehen, weißt du? Das ist mein Problem. Nein, 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 nein! I'm so sorry. Ähm, Mashallah, das tut mir sehr leid. Ja, ich war jetzt gerade im Spiel, aber es tut mir wirklich super leid. Das ist ja ganz furchtbar. Ja, ich komme und hole dich runter. Da wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Kraft, ja. Dankeschön. Ja, der ist schon wieder hier, ne? Der ist, der, oh nein, das ist wieder einer, ach nein, so ein... Ach Gott, nein. Ach, das ist wieder einer von denen. Ey, heute wirklich, das mit den Fehlern hier, oh Gott, das werden wieder Runden. Oh, sein Radius reicht aber sehr weit. Props an ihn. Hm. Das fängt auf jeden Fall schon mal richtig gut an. Ja. Ah. Oh, er hat mich jetzt gerade richtig... Oh Gott, hier. Der schlechte Mache, ich bin mal bei dir ein bisschen in der Nähe. Ja, auf jeden Fall, der rennt hier um mich rum. Ich meine, ich habe ja den Perk, du siehst das ja auch. Der kämmt, also der geht auch nicht weg, ne? Der umkreist mich. Nee. Ja. Hm. Boah, die Lache von dem Doktor, die ist so... ...bräuchbar, eklärend. Laufe! Ja, ja! Warum habe ich denn die Palette nicht... Weil ich zu langsam bin. Oh nein, jetzt hat er dich auch noch erwischt. Ach du mei. Nee, nee, alle Duden, aber der Rentman hinterher. Präsenz, ja, wunderbar, aber der nur noch alle. Oh, bitte ey, beruhige dich. Ich muss mich aber irgendwie auch heilen. Umgedreht und jetzt kommt er schon wieder. Oh, jetzt hat er aber diesmal die Palette gekriegt. Das gibt für mich 15.000 Punkte. Ja, im Spalt. Yeah, 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 aber der wird mich auch kriegen. Das ist so ein fieser Gesell. Ein böser, böser Bube. Ja, ein furchtbar böser. Warte, bin ich jetzt nicht gekommen lassen? Ich habe gesagt, er hat uns jetzt nicht gesehen. Also manchmal auch wieder echt nicht sicher. Schade, ey. Ja, moin. Oh! Hallo? Hallo? Oh, was? Oh, eine Kiste. Bitte lass noch einen Sanikast hin. Sanik, bitte, 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 bitte. Ja, ich sehe, da gibt es richtig was los bei euch. Oh, Mann, ist eine Werkzeugkiste. Nee, ich habe einen lilanen Sanikasten. Kann ich mich zweimal damit holen? Weißt du da zufällig? Oh, Mann, was macht denn? Oh Gott, ey, der spielt aber auch, ey. Ach du. Ich bin oben an dem Gin. Und dem Einzelnen in dem Haus. Oh Gott. Wenn mir gar nichts geht, dann komme ich gleich auch noch dazu. Oh, nee. Oh Gott, bleib mir nicht der Teier. Bleib mir nicht der Teier. Nein, du doch nicht. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Dankeschön. Dankeschön, Artis. Zweimal. Ja, dann behalte ich den nämlich. Aber ich glaube, dazu komme ich jetzt nicht mehr. Ich habe ein ganz komisches Gefühl. Der hier? Der ist unten im Haus. Ich mache einfach weiter. Ja, ich mache weiter. Verschnappt sich den nächsten. Ja, perfekt. Danke, 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 danke. Super wertvolle Info. Gut, dass ich nicht den... Ähm... Das ist ein... Ah, ey, hast du das gesehen? Da hat der seinen dämlichen Perk benutzt. Damit ich aufschreie, damit er mich hier auch noch sieht, ey. Man muss ja, das ist eine Kraft. Perfekt. Ach du Schande. Ja, was eine Sauerei. Ah, ey. Ah, ich kann da nicht hingehen. Der kämmt. Die ganze Zeit, der kämmt bei dem. Aber jetzt rennt er gerade einen anderen hinterher. Ich renne jetzt an ihm vorbei. Bin einfach mal so frech. Komm, 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 komm. Das ist wieder so ein ekelhaftes Spieler, ey. Ja, ist gut. Ist nicht schlimm. Und er leckt wieder, ne? Er leckt übelst. Das ist richtig fies. Das war vorhin die ganze Zeit schon. Ich kann mich nicht ganz verheilen, nein. Du Artist, wie lange der Scream geht, das ist immer so ein bisschen nach Lust und Laune. Also... Keine Ahnung. Oh je, ist schon der nächste weg. Nee. Nee, diese Runde wird richtig, richtig kacke. Das muss ich jetzt mal sagen. Er wird richtig ekelhaft. Es ist schon ekelhaft. Es wird noch schlimmer. Hüps. Naja, jetzt bin ich dran. Bleib einfach so lange dabei, wie du Lust hast, Artist. An Weilchen wird er noch gehen, ne? Hä? Er hat mich runtergeschmissen. Ich liege hier rum. Ja. Der rennt irgendwie bei mir vorbei. Aber lässt mich dienen. Schon. Perfekt. Hm. Ja, bloß leider bringt er dir nichts, ne? Ja. Ich, ich... Hm, ich gehe mal hinter ihm her. Ich gehe ja nicht zu dem Spieler. Nein. Der Spieler bin ich. Ja. Weiß ich. Ich wollte ja nur so mal sagen, ich bringe ja den Spieler... Ich... Halt mich in Gefahr. Äh... Ich finde aber auch den Killer nicht. Na ja, gut. Auf jeden Fall... Heil dich mal hoch. Anzahl um zu grüßen. Heil dich mal. Ja, ich habe dich doch. Da steht nur noch in der Hilfe. Ich bin schon hochgehalt, aber der ist schon wieder hinter mir. Ja. Okay. Ich gehe mal weiter hinter mir. Ja, ich weiß auch nicht, ich verliere den sowieso ständig. Ja, ich muss was zu tun haben. Ich habe keine Lust, hier einfach so abzukratzen. Und ich will nicht in deine Richtung. Ich möchte, dass... ähm... Der vielleicht einfach hinter mir herkommt. Hm. Bleib mal stehen. So. Dankeschön. Der ist schon wieder hier. Ich habe mir noch nicht mehr heulen können. Ja, siehste. Ja, gut. Haben wir es jetzt. Ey, der lässt mich wieder liegen. Hm. Das ist ja wieder ein wettes Spielchen. Na, guck. Na, zau. Ja, der wird mich hier einfach liegen lassen. Und irgendwann kratze ich dann ab. Ich sehe dich da hinten. Du darfst aber jetzt nicht mehr herkommen, weil... ...weil eh kann sie. Ja, okay. Jetzt ist er wohlfühlen. Ja, ich auch. Er wollte er. Er wollte einfach nur flacken. Mehr wartet nicht. Das ist so ein richtiger ekelhafter Spieler. Ich würde mich freuen, wenn du jetzt wirklich nicht herkommst, weil das hat keinen Sinn, wenn wir beide zusammen sind. Okay, ich sehe dich da unten. Alles klar. Boah, ich kriege mal in die andere Richtung, ne? Nur nicht unter mir herkommen. Das ist so ein ekelhafter Schmieriker. Und? Ach, ja, ich habe es gerade gesehen. Hey, das ist aber schön, Artis. Perfekt. Artis bleibt bis zum Ende des Screams, hat er gesagt. Ich habe gerade mal gefragt, wie lange der dauert. Ja, das ist die Fall. Schön. Ja. Ich wünschte, man könnte was machen gegen die Lübs. Nein. Na, ich versuche, vielleicht lässt er sie ablenken. Manche machen das ja immer. So, jetzt nimmt er mich aufgeschoben. Okay. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich weiß Bescheid, ne? Ich bin weg und guck mal ins Haus. Ich komme nicht. Sobald es geht, gucke ich dann direkt zu. Warte mal, warte, 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 warte. Nein, ich bin raus. Ich bin rausge... Ja, ich bin zwar noch da, aber ich konnte nicht ins Spiel zurück. Naja, ist nicht schlimm. Ja, das möchte ich auch wie so ein Visigone. Einfach nur, einfach direkt drücken. Ne. Aber das habe ich dir ja schon immer gesagt, ne? Ja, aber bei dir klappt es bei mir nicht. Bei dir klappt es bei mir nicht. Ne, ja. Bei dir ist ja auch mal ein Visigone. Der Artist fragt, wie lange wart ihr bis jetzt zusammen, wenn ich fragen darf. Oh, wir sind schon ein Weilchen zusammen, Artist. Und dann hört man ja, ne? Wir hören uns an wie so ein altes Ehepaar manchmal. Ja, ich weiß jetzt nicht, soll ich für die Juhi noch... Ja, wenn ich so spielen möchte, dann muss ich schon so ein Stopp auch noch haben, ne? Hm. Ach ja, ich weiß jetzt nicht. Ich weiß jetzt einfach nicht, was soll ich machen? Ja, ich weiß jetzt nicht, was soll ich machen. Hm, nein. Ich mache einfach jetzt noch weiter mit dem Jake. Ich gebe dem jetzt erstmal mal eine Punkte. Na ja, hab ich ja. So, jetzt habe ich für den Jake auf jeden Fall den Saboteur schon mal auf Liga. Aber der Jake, der ist so langsam. Ich bin ja eh schon immer so eine lahme Karre, ey. Wenn ich den auch noch spiele, da kommen die überhaupt nicht weg. Da kriegt der Kieler mich jedes Mal. Das ist richtig kacke. Ich weiß auch nicht. Warte mal ganz kurz, ich muss mal eben was gucken. Ah, warte mal. Ja. Spalt. Fragment. Ja, genau, ich habe das ja abgeschlossen. Da kriege ich ja nochmal 15.000. Oh, ich bin mal eben meine Punkte. Ach, dieser Glyphensucher, ja, das habe ich noch nie geschnallt, ich weiß nicht. Schließe fünf Drohnen auf. Oh, dann muss ich aber... Blenderer Spürsinn. Dann habe ich nicht für jeden. Warte mal. Ja. Ja, okay. Muss ich nehmen, weil alles andere ist jetzt gerade Killer und so. Warte mal. Für. Du weißt nicht, was du schreiben sollst. Keine Ahnung, schreib doch was über... über das Wetter, über Blumen, über Gras. Und wenn dir nichts einfällt. Über Trinken, über Essen. Wenn dir nichts einfällt, ist nicht schlimm, dann guck einfach zu. Das ist auch schön. Oder schreib über deinen Stuhlgang, wie der war. Ach, oh weh. Mein Quammerkopf. Oder schreib über Besteck. Was du alles an Besteck kennst. Herrlich. Oder schreib eigene Lieder, Songs. Tobi. Tomatensauce, genau. Dafür noch die Nudeln. Nur mit Tomatensauce. Ja, cool. Ah, nein. Ach, ja. Ja, mein Lieblings-Essen ist Kassler. Das bin ich nicht mehr ich selbst. Das ist auch richtig schön. Kassler mit Sauerkraut und Kartoffeln. Jetzt habe ich Hunger auf Kassler. Mein Lieblings-Essen. Ich mag so viele Sachen. Macaroni al Forno. Die mag ich ziemlich gerne. Und ich liebe so Hähnchen-Zeug. Ah, und Grillen. Ich liebe Grillen. Ja, wenn die zur Zirpen, ne, in Gras. Das ist ein Quatschkorb. Schönes Grillfleisch. Ja, das ist, das ist wirklich toll. Ich werde gehänselt. Lieblingsjahreszeit? Winter. Ey, Winter ist richtig gut. Ich mag den Winter auch sehr, sehr gerne. Auf jeden Fall. Ich liebe auch Schnee. Ja, wenn der Schnee dazu hoch wird und man die Garagen freischaufeln muss. Aber ansonsten finde ich Schnee und Winter richtig toll. Meine Lieblingsjahreszeit ist der Herbst. Ich liebe den Herbst. Da ist es weder warm, da ist es weder kalt. Da stürmt es schön. Da kann man Drachen steigen lassen. Bunte Blätter. Also der Herbst ist echt meine Lieblingsjahreszeit. Das ist auch toll. Ich finde eigentlich, jede Jahreszeit hat irgendwie was Schönes. Nee, das war mal das Kacke. Der ist zu warm. Ja, nee. Also, ja, aber jede Jahreszeit hat, die duftet irgendwie schön. Ich mag, aber ich finde das schön. Also im Sommer die ganzen Blumen und so. Ja, stimmt. Im Sommer, wenn was duftet, das Einzige was duftet sind meine Käsefüße hinterher. Ach, Tobi, du bist wirklich so unromantisch. Ich werde hier gerade poetisch und rede vom Blumenduft. Und ich von Käseduft. Na, ehrlich. Okay, der Frühling geht unromantisch. Winter ist jetzt nicht so meins, aber so der Herbst ist auch noch schön, ja. Tobi, du bist ein Romantik-Killer. Ja, kann sein. Man hat auch drüber und entscheidet an. Ach, Mensch, ey. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich hier gehe. So, warte mal eben. Was ist das? Okay, dann nehme ich das noch dazu. Ja, okay. Ja, leider hatte ich hier keine Vorstellung. Also, wenn das in Maßen ist, dann ist das schön. Wenn das in Maßen ist, ja, dann sieht man ja, was passiert ist. Was auch in den Käse. Also, in Maßen, okay, ja. Aber das Einzige ist, was ich zum Beispiel nicht leihen kann, ist, wenn da draußen regnet und dann dieser Dreck, weißt du, von den Straßen, der dann nach oben steigt. Das stinkt so widerlich. Und ich liebe den Duft von Regen. Weißt du, das ist der ganze Schmutz, der sich festgesetzt hat durch Wege und Straßen. Genauso wie der Duft von frisch geschnittenem Gras. Ja, das ist wieder schön, aber der Richtig ist aber. Total schön, total schön. Das Einzige ist, was man ja einatmet, wenn der Dreck von der Straße, das ist ja eigentlich nur die Bakterien. Nein, das ist einfach der Duft. Wenn es regnet, der ist total her. Das ist der Dreck von der Straße. Der ganze Schmutz. Ja, doch, ich mag Regenartisten. Also, du siehst, wir beide, wir sind wirklich wie ein altes Ehepaar. Also, so geht das aber immer. Es ist jetzt nicht nur im Stream, ne? So geht das immer bei uns. Also, ich mag den Duft von Regen, von frisch geschnittenem Gras und von Laub und so im Herbst und ja, wie gesagt. Und so geht das bei uns dann halt immer. Okay, Laub. Gras ist auch schön, aber der Dreck auf der Straße, der ist unschön. Ach du! Romantik-Killer, sag ich ja. Oh, nee. Das ist, ah, ja. Ach, nee. Ja. Du magst den Tankgeruch, so an der Tankstelle, so echt jetzt? Das ist auch schön, ja. Oder so ein richtig schöner Dieselduft, so ein bisschen Benzinduft. Ja, klasse. Oh, geil. Das ist geil, ja. Das ist auch ein feller Duft. Oh. Lass uns eine runde Schnüffel. Dazu sag ich mal lieber nichts. Ja. Ja, aber das habe ich aber auch schon öfter gehört, Artist. Du bist ja nicht der Einzige. Was ist denn da eine Lieblingsfarbe, Artist? Drückst du ihn rein oder noch nicht? Habe ich. Ich habe ein Häkchen, siehst du? Unter der 17. Also ich sehe den Haken unter der 17. Alles klar, ist wieder mal ein Spielfehler. Also bei mir hier hast du nicht reingedrückt. Da bin ich der Einzige. Nee, ich bin... Deswegen, Partywirt gesucht hat, geht jetzt weiter. Müssen wir rausgehen? Ich habe... Hast du das auch nicht gesehen? Ja, nee, weil bei mir ist... Ich habe den Haken. Also ich habe auch zwei rote Krallen-Dinger. Deine ist weiß? Okay. Okay. Ich bin so der... Hm. Ich mag gerne Türkis. Und so... So orange-gelb und so... Ich mag so viele Farben eigentlich. Das war eine Frage jetzt. Ich bin ein Farbenliebhaber. Ich mag auch grün gerne. Was ist denn heute los in diesem Spiel? Oh Gott. So, jetzt bist du wieder da. Okay. Aber weiß bei Anziehklamotten mag ich auch ganz gerne. So, ich... So, jetzt bin ich bereit. Aber ihr habt das beide nicht gesehen, ne? Ja, kommt drauf an was, Artist. Frag einfach mal. Also, ich will schon mal sagen, was meine Lieblingsfarbe ist. Also, kann ja nicht hier sein, oder was? Ja, nein. Ich hab dir ausgegrenzt. Nein, sag deine. Nein, wir wollten dich nicht übergehen. Sag ruhig. Nö, jetzt will ich mir nicht mehr. Ja, jetzt sei nicht beleidigt. Jetzt sag deine Farbe. Nö. Jetzt bin ich kein eingeschnappter Leberwurst. Jetzt beleid mich mehr. Jetzt sag schon. Nö. Oh, nee. Artist. Echt keine Ahnung. Wenn das Mädchen wäre, Sieglinde. Und wenn das ein Junge wäre, dann so ein Franz oder so. Oder so ein Loch. Oder Freddy oder Jason. Okay, das ist jetzt nicht. Nein, das ist Quatsch. Nein, das ist Quatsch. Keine Ahnung. Also, ich stehe so auf altdeutscher Namen. So wie Siegfried oder sowas. Gisela. Ingrid. Hannelore. Hannelore. Erika. Irmtraut. Irmtraut. La, 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 la. Was war Irmi? La, la. Ja, genau. Die Irmtraut. Die Nö. Und Irmgard. Ah, nee. Aber Art ist nicht böse sein. Also, wir machen immer viel Quatsch, ne? Wir veräppeln dich nicht oder so. Um Gottes Willen. Das ist einfach... Nee, also ich meine nicht ernst. Ein Kind hat ja den altbösen Namen. Ja, Irmgard, schon klar. Ja? Rudolf. Oder Heidi. Theodor. Heidi. Oh, Gottchen. Susi. Rosi. Heinz. Wilfried. Ja, aber Heinz war der Ketchup, Junge. Oh, Mann. Ja, diesmal dauert ein bisschen länger hier. Bisher ging's eigentlich. Steve. Stevie. Stevie haben wir das Eichhörnchen hier bei uns genannt. Das ist Stevie. Aber, ja. Einfach Steve. Der heißt jetzt Steve. Und ob du ein Mädchen bist oder ein Junge. Wenn du ein Mädchen bist, heißt du Steve. Du bist Steve. Komm, Steve, meine Kleine. Putti, putti, putti. Steve Linde. Steve Sieglinde. Steve Linde. Steve Linde. Ja, ich war wieder ein bisschen langseide. So geschnauert. Kriegen wir heute noch eine Runde oder verwecken wir hier noch eine Runde? Ja, irgendwas ist hier komisch, ne? Erstmal hast du nicht dabei, dann dies, dann jenes. Jetzt wird die Party schon fünf Stunden gesucht. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall komisch, weil bisher ging's relativ schnell. Aber man weiß ja nicht. Ist ja auch Wochenende. Manche sind ja auch unterwegs. Ja, ich glaub eher, weil bei mir der Fehler auf wehtreten ist, muss ich das Spiel neu starten. Oder auch nicht. The Kate. Das Mädchen heißt Kate. Katie. Okay. Warum nicht Dora? T-t-t-t. Oder Hanni. Und Nanni. Und Nanni, ja, sieh. Oder Bibi und T-t. Bibi und T-t. Wollte ich nämlich jetzt gerade sagen. Bibi. Ja, genau. Willst du noch über den Let's Play oder so oder streamen? Dann hab ich da den Dreiecks, der ich gespielt. Hex, hex. Ja, genau. Roman oder Lars, okay. Ach nee, Lars nicht. Das ist einer an dieser Scheißweinachslied. Ach nein, nein. Ich frag mich mal noch, wer ist eigentlich dieser Lars, von dem er immer singt, aber naja. Von dem er immer singt. Ach so. Naja, dieses Lars-Quistnis, dieser Lars. Ist bestimmt ein guter Bekanter von ihm. Fritz-Willhelm. Willhelm. Fritz-Willhelm. Ja, genau. Der Junge nennen wir Fritz-Willhelm. Und das Mädel nennen wir Uschi. Uschi Glas. Uschi. Runter von der Berg. Jetzt holen wir hier die Insider raus von der WC-Army-Walk-Rum-Warte-Diet. Nein. Ach nee. Ach nee, ich verschub mir immer meine eigene Spucke. Freitag der 13. Ja, pass bitte auf, ja, nicht abkratzen. Das musst du sagen, du verschubst es mehr an eine Spucke als Ekmisch in mein Leben. Ich sag nur, nicht abkratzen, nee. Freitag der 13. Ist doch ein Glückstag bisher. Bitte kratz nicht ab. Wieso, dann wird das Wasser drängst du. Oh, what the fuck. Nein. Ach, du kommst irgendwann hinweg. Nee. Wann ist eigentlich nochmal Halloween so? September? 31. Oktober, meine Güte. Ach, Oktober. Ja, ist ja gut. Weil ich finde Halloween richtig geil, aber ich habe vergessen, wann es ist. Aber ich finde es richtig, richtig geil. Ach Gottchen, ey. Na, ist ja auch nicht schlimm. Man kann sich auch mal blamieren, ne. Ach, ja. Wenn du jetzt unser Sohn bist, dann nenne ich dir ab heute Holger. Ok. Holger? Ach, Tobi. Ok, Artis, du bist heute, ab heute bist du Holger. Holgi. Hi, Holgi. Holger. Na, Holgi, hast du heute auch schon gut gegessen? Hm? Hast du dir schon deine Zähne geputzt? Holger, Herrmann. Genau. Mindestens zweimal, weil wir haben schon fünf nach elf. Holger, Herrmann. Klingt auch voll cool irgendwie. Ok, du bist Holger, Herrmann. Ja, hör mal, die blöden Gins, die brennen wieder. Boah, ich finde das so... Nein, ich bin Jason. Ich bin Jason. Oh, noch. Ja. So, hier, dann kaufen wir dir eine schöne weiße Maske. Und dann kriegst du ein kleines Taschenmesser für den Anfang, ne. Also später, die großen kommen dann später, aber erst mal. So, ich bin jetzt hier am... Okay. Kann ich nicht mehr reden. Okay. Was war denn das? Oh, du bist auch noch die Obsession? Ich bin auch überhaupt nicht multitasking, deswegen bin ich nicht. Ich will das Geräusch nicht hören. Oh, ich... Äh, alle rennen weg. Ich will den Gin unbedingt machen. Weil ich habe... dumme Befürchtung. Ich werde nie wieder einen Gin hier schaffen. Dadurch, dass jetzt irgendwie alle weggerannt sind... ...ist der Kilo auch weg. Perfekt. Perfekt. Ja. Ja. Okay, dann ist es eine Piste. Ähm, welche Killer haben die eigentlich? Demogorgon und der sieht ganz gut seit hinter mir. Ja. Neu. Äh... Ein Daddydeer sagt dir. Außerdem müssen wir gerade einen vom Haken grecken. Oh Sohn, oh Sohn. Nein. Na, wo Teleportiert wird? Ich bewege mich. Feiertag. Eltern, die Djinns reparieren. Er geht sofort auf mich. Es ist so zum Kotzen, Alter. Mit so einem ekelhaften Gamer, Junge. Ah, nein. Wie konnte ich mich? Nein, er hat mich gesehen. Oh nein. Dann willst du Brot auf. Brot. Und Wasser. Ich will leben. Ich will einfach nur leben. Du willst der Schnitter und ich will leben. Was ist wichtiger? Und deine Schnitten. Das heißt Brot. Nein. Oder eine Brotscheibe. Ach du. Du bist schon so ein Schnitter. Dann will ich auch Brot. Oh Mensch. Unser einer Kämpfung zu überleben. Und dieses Kind will nur entdecken. nur als Essen. Ach, hier, hier, hier. Ja. Ja, wir hätten eher verhüten sollen wir. Jetzt haben wir den Drama. Na, das sage ich dir. Wie soll man denn da noch überleben können? Ständiges Krängeln, das kennt, dass irgendwas zu essen will. Weißt du was? Wir haben Sommer. Also, jetzt nur eine Tomate. Nimm dies. Ne, eine Melone. Ich esse gerade ewig Melonen. Und deswegen habe ich dir die mal gegeben. Kind, es ist eine Melone. Das ist ein bisschen Ruhr. Wagen, Alter. Der geht mir so auf den Senkel, Alter. Ach. Ähm, ich mag den Demo-Gorgon eigentlich ziemlich gut. Aber ich weiß auch nicht, warum er das kippt. Ich finde den gerade hier echt nervig, Alter. Ähm, ich wollte dazu nur sagen, die letzte... Ey, da hinten ist da, da... Ist das die... Was? Oh, Scheiß. Ähm... Ähm... Warten wir, ich ging gerade vor... Ich müsste gerade kloppen. Warum könnte ich die sehen? Ja, natürlich. 20 Euro. Oh ja. Ich kann das nicht lesen. Wenn ich am Gin bin... Geht aber auch wirklich so gut wie ruftig, ne? Also... Ich bin wirklich so im Plänen-Hup. Plänen da nichts können. Ach, du... Ey, du holst mich jetzt nicht runter, oder? Mann, heil dich selber. Befummel dich doch, Alter. Guck mal, du warst doch gerade schon... Die Obsession. Ach so, da zinkt die, ähm... Komischen Haufen da, diese... Löcher da... Ich will das Klima durchgräbt. Ah ja, klar, jetzt kommt der Wind. Schön. Würde, ich bin tot. Wenn er mich jetzt aufhängt, dann bin ich tot. Ja, der... Ja, der... Ach, Kerl... Hast du Geld, ich will mir was vom Kiosk kaufen. Ja, aber du hast gesagt, du kriegst von mir 20 Euro. Ich bin jetzt gleich im Keller, du Kind. Und du willst nur zum Kiosk. Das bist du noch, Juan. Jetzt weiß ich auch, warum da ein Portal war. Guck mal, hier ist ein Toten. Alles klar. Alter. Dann ist ja auch noch geschiecht, Alter. Rass, Frau, kann ich wickeln. Echt? Ja, ja. Nö, ich bin tot. Ist eigentlich echt immer komisch. Ich konnte meinen Koffer nicht einmal einsetzen. Ekelhaft. Aber der war nur am Tunnel, dieser Drecksache. Ja, und du wirst noch echt ein guter Sohn. Ja, ich bin aber auch als Dek. Das ist eine gute Idee war von dir. Das wollte ich nämlich gerade sagen, du hättest mich nicht erholen sollen. Aus dem Keller auch noch. Bei dem Keller, jetzt liegen wir beide. Es war so klar. Das war gar nicht mehr das Level. Perfekt, Jason. Du bist ja jetzt nicht mehr Arthus. Du bist ja Jason. Ach man, verflixte Kacke. Echt, ey. Ja. Ja, ja, ist okay. Und wieder in den Keller. Es ist so klar. Ich hoffe, die Fang Lindy geht raus. Ja, bitte. Genau, ich bin nämlich Uchi Kato, ich bin weg. Ja, so warst du mit uns. Diese Runde. Habe ich eine Truhe geschafft. Oh Gottchen, ey. Die Fang Minja, die holt die wirklich noch runter. Ey. Oh nee. Oh, das ist so schlimm gewesen von euch, Leute. Ja, okay. Ich gehe jetzt raus, weil... Entschuldigung. Ich vergesse manchmal, dass wir im Stream sind. Weil ich gucke manchmal immer gerne noch zu. Das ist für mich auch immer ein bisschen, um zu lernen. Deswegen... Aber ich vergesse manchmal, dass wir im Stream sind. Tut mir leid, Leute. Ich will halt jetzt hier auch nicht unnötig rauszuhören. Ja, ich bin jetzt rausgegangen. Ja, bei dir sieht ja noch einer was. Wenn ich gucke, sieht ja keiner was. Ich dachte, du bist jetzt auch raus. Deswegen... Ja, weil, wie gesagt... Ist ja zu langweilig. Dauert ja dann auch ewig. Ewig. Okay, ähm... Oh, sie wurde sogar gemobelt. Ja, nein. Sieht man gar nicht mehr, das Level, welches Level die sind? Anscheinend wohl nicht, wahr? Ist ja völlig beknackt. Hm. Schade. Aber naja. Was würdest du hier erwarten? Außer dem Butterbrot. Aber naja. Tja. Ja, die L.U. die hat mir jetzt echt Glück gebracht. Ich war einfach mal auf Session. Ja, zweite Mal, ne? Du warst ja am letzten Mal auch auf Session. Na ja, gut. Boah, ach ja. Ein Opfer muss ich immer. Boah, ich will die Geburtstagssanikisten suchen. Das ist schade, ja. Ey, das ist wirklich einfach nur... diese Verschwendung. Hm. Ach, ist egal. Ich nehme jetzt erst mal die Werkzeugkisten hier. weil die Jui, die hat ja Plündererspürsinn. Möchte ja die Punkte auch bekommen, deswegen. Ich muss sie jetzt durch, ne? Ich muss noch vier Truhen aufschließen. So, und die kommt gleich mal wieder. Okay, dann gehe ich wieder raus. Alles gut. Kein Problem. Bis gleich. Auf jeden Fall. Kannst du auch machen. Du musst auch nicht die ganze Zeit irgendwas schreiben. Weil manchmal, da guckt man auch zu. Und, ähm, ja. Du weißt ja auch, wie das ist. Also, wenn man selber spielt und man ist da gerade in dem Ganzen so drin. Ja, ich kann auch beispielsweise nicht ständig nur lesen oder so. Deswegen, ne, ist schön. Du bist da. Super Sache. Finde ich toll. Überhaupt kein Ding. Nö, nö. Alles perfekt. Ist schon schön. Und da gibt es die Bombers. Genießt die Bombers. Ja, wenn der Tobi gleich wieder da ist, dann auch den Stream. Im Moment mache ich auch nichts. Ich glaube nicht, was. Ich habe keine Punkte, die ich einsetzen kann. Na ja. Was willst du? Ist wieder da. Ja, hi. Ihr Warmduscher. Ja, auf jeden Fall. Du hast recht, Artist. Ganz genau, ne? Eigentlich heißt das guten Abend. Ja. Das ist unser Freund vom letzten Mal. Weiß ja auch noch, ne? Ach, vielleicht hat er heute einen guten Tag. Da würden wir uns freuen. Aber ich bin auf jeden Fall ein Warmduscher, ey. Ich schwör's. Ich bin noch nie bescheuert, ey. Ich stelle mich schon nicht unter die kalte Dusche. Man muss hat schon wirklich 40 Grad draußen sein. Hey, der Tobi ist da. Hey, Tobi, schön, dass du auch im Stream bist. Da freuen wir uns aber. Ja, und herzlich willkommen. Ja, ne? Das hatten wir ja schon. Oh, nee. Ja, ich finde den Content auch schön. Ja, mein Kanal, der, weißt du, ich hab meinen Kanal umbenannt. Der heißt jetzt der Tobi. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Und ja, ich freue mich, wenn du dann vom Klöchen runter bist. Und ja, dann werde ich die Runde starten. Und ich werde so untergehen. Und wieder in den Keller kommen. Aber schön, dass du da bist. Ja, ich finde es auch richtig schön. So ein treuer, treuer, ähm, ja, Tobi. Warte mal, du hast dich ja nach meinem Kanal benannt, ne? Du hast ja der Tobi. Ja, aber du guckst jetzt ja schon ungefähr zwei, drei Viertelstunden zu. Du bist ja heute auch schon wieder über eine Dreiviertelstunde dabei. Deswegen. Ah, nee, ey. Ach, was willst du? Ja. Du musst sehr viel Langeweile haben. Ja. Aber ich bin Stufe 107. So, ähm, ich glaube, der... Was willst du? Der hat jetzt eine kleine Pause. Der kann jetzt auch Pommes essen. Wenn er dann wieder reinkommt. Vielleicht ist er da netter. Ich glaube, da braucht irgendwie wirklich was zu essen, ne? Und Penner ist böse. Hast du auch recht, Artis. Penner ist richtig böse. So, da bin ich wieder. Ja, perfekt. Und weiter geht's. Das muss man auch nicht gesehen haben, Artis. Ehrlich nicht. Das ist einfach nur dumm. Man kann jetzt mal dreimal tief durchschnaufen und... Na, gucken wir mal. Ja, dann kriegt er Luftmangel und fällt um. Ja. Kann auch passieren. Aber danke, Artis. Ja, du passt auch ein bisschen mit auf. Ist doch schön. Du kannst übrigens auch Kommentare löschen, ne? Als Mod. Nur zur Info. Wenn zum Beispiel einer schreibt. Ey, du Penner. Wenn du magst, dann kannst du das löschen. Also deshalb bist du Mod hier. Du musst es nicht. Aber du kannst es machen. Du kannst auch warten. Wir machen es auch. War nur zur Info. Ich weiß nicht, ob du das kennst mit dem Mod, ne? Ach, der Marschaller. LOL, Tobi. Ja, lachen ohne Logik. Oder ohne Laute. Oder... Ja, oder ohne Logik. Genau. Ja, ja, klar. Nee, nee, ist auch okay. Du brauchst dich ja auch nicht unter Druck gesetzt fühlen. Mach wie du denkst. Ist alles gut. Wir sind ja auch alle zusammen hier und irgendeiner sieht schon irgendwas. Ne? Manchmal, wenn man spielt, dann geht's einmal durch. Ja, dann geht's. Ach, geht nicht das ganze Leben durch und durch. Ja, das ist mein Junge, dann ist mein Teenager und dann ist man alt. Und dann ist man irgendwann uralt. Die Zeit geht so schnell. Ach, Tobi. Wir sind ja alle in der Matrix. Du bist wieder so positiv. Positiv denken und dann... Und dann irgendwann bist du so weit, dass du dann wieder in Kiste landest oder in einer Rasa. Ja, genau. Und dann kommt der Weltuntergang, dann kommen die Wirbelstürme und irgendwann ist sowieso alles zu Ende. Ja, genau. Deswegen ist alles schon so ziemlich vorbei und Leute, bekreuzigt euch. Auf Wiedersehen. Es war schön. Es war so schön, so schön. Natürlich müssen sich die Menschen nicht bekreuzigen, die nicht gläubig sind. Ihr habt ja doch andere Wege. Ja. Schöne Wege, die nicht so schmerzhaft sind. Oh Gottchen, ey. Aber Jason, ich gebe dir mal einen Ratschlag fürs Leben, was meine Oma mir damals gegeben hat. Wenn du irgendwann mal eine Freundin haben solltest und die läuft nicht so, wie sie sollte, dann sage ich dir jetzt einen Spruch und den merkt ihr das. Läuft dein Date nicht enorm, denn hilft ein Tuch mit Chloroform. So. Die ohne Lengie, die sieht man auch nicht oft. Nein. Ja, mich sieht man da auch nicht oft. Du hast eine Freundinnenart. Das ist doch nice. Und hast du schon ausprobiert mit Chloroform? Hilft immer. Und erst recht, wenn sie anfängt zu nörgeln. Musst du sagen, hier, schnaub mal rein. Ach, Gobi! Böser Wicht. Ein Quaserkorb musst du gar nicht hinnehmen. Nein, das sind die Weisheiten von meiner Oma. Ah, Tobi, ey! Alter, ich könnte mir gerade kringerlich so lachen. Hm. Nein, nee. Warte, nee. Na doch. Ich bin kein Hund. Also, solange wir draußen sind und keine Zombies da sind, ist alles schön. Wir sind schon wieder auf einen Haufen. Nee, ich brauche die Kisten. Leute, lasst mir meine Kiste bitte. So, ich muss jetzt erstmal an die Kiste, anstatt an den Gin. I'm so sorry, but... I need it so much! So, zwei von fünf... Ach, ein Schlüssel! Oh, schön! Du kriegst wieder die Schlüssel. Nein! Ich kann mit denen nichts anfangen. Ich habe den genommen. Oh, Gott. Ja, wenn der Killer mich auffängt, dann warst du bescheidend, ey. Tobi, ich habe ein komisches Gefühl. Ich auch, der ist so ruhig. Nein, ich höre ihn, deswegen... Ach, ich habe aber nur einen grünen Schlüssel. Ist das irgendwie nützlich? Ach, wir haben... Nee, der grüne, das ist ein kaputter Schlüssel. Damit kannst du keinen Ausgang, äh, Bodenlucker aufbauen. Ah, perfekt. Dafür habe ich meine Kiste fallen lassen. Oh. Ja, jetzt bin ich gerade am Gin. Sonst würde ich mal bei der Kiste mal wieder mein Werkzeugkopf erholen. Ja, das stimmt, Artist. Aber das ist einfach nur, weil sie dann Angst haben, dass du kein Interesse mehr hast. Oder dass sie nicht wichtig genug sind. Meistens ist das mit Böse gemeint, ehrlich, ne? Ja, das stimmt. Ja, ist wirklich so. Ja, ja. Meine Differenz. Ja, ist so. Da muss man sich dann... Ah! Ich bin demgegen... Ah! Ich bin wieder gegen ihn gerannt, ey. Nein, nein, nein. Ich bin doch weg. In andere. Ich habe schon einen. Oh, keinen. Ach, shit, ey. Ja, jetzt habe ich die Kiste da durch, leider. Ach, voll. Ich bin da jetzt einfach wieder hin. Nee, ist mir egal. Die springt da durch die Scheiß... Ähm, nee, also wirklich, nee. Diese Scheiß... Schung, Schung, Schang, Sching, Ling. Ich bin jetzt wieder an dem Gin. Wo mich der Clown gerade da... Weiß schon, dieser Clown ist gut. Komm nicht her zu mir, geh weg. Such dir Freunden. Ich bin gar nichts. Mein Gin ist auf jeden Fall gleich fertig. Schön. Und zwar... Was? 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 Ich will dich jetzt auch mal gerade nicht antworten, oder Bobby? Ich bin so leider gerade im Spiel, ne? Falls du was schreibst. Ähm... Okay... Ja, auf der Uneiglichkeit... 15. Was heißt, dann sieht ihr euch wieder, wenn ihr... Ja, wenn mehrere am Gin sind. Ah... Falls ihr es habt. Na ja... Aber wie sage ich immer so schön zu Risiko und nehmt doch und lesen uns hier die Praktionsbeleihung. Fast den Anzertapothek. Ja, ich bin nämlich bei euch hier draußen an der Hütte. So gerade in Gin. Ja genau. So ist das wirklich, Artis. Das ist einfach wirklich dann... Nur das Gefühl. Aber sie meinen sicher nicht böse. Das ist noch Piste. Okay. Hm... Eine Werkzeugpiste weg. Nächste geholt. Ach... Wo war denn jetzt... Ja. Aber der Keller ist nicht wirklich gut. So... Warte mal. Ah, dann nehm ich doch gleich die Werkzeugpiste. Ich bin gerade am Gin. Kann ich nicht mehr reden? Ich hab geklappt. Sisse. Jedes Mal das Gleiche. Dann ist die Werkzeugpiste wieder... Ach, Mann. Ach, Mann. So jetzt. Nein, liegt schon wieder einer auf uns. Warum schon wieder? Es liegt doch noch da, Hannah. Sie war jetzt die erste Person. Ja, aber na jetzt kommt ja auch noch in meine Richtung. Ey, ach so Schande dann. Kann doch jetzt nie wahr sein, ey. Oh, doch. Ach, Mensch. Einer nur noch. Ah. So, der wird runtergeholt. Oh Gott, es liegt. Ja, ja. Ja. Das ist immer nur dann, wenn ein Überlebner runtergeholt wird, ne? Also... Was haben denn eigentlich wirklich die Bugwechse gebracht? Wenn man doch mal so sieht, eigentlich gar nichts, oder? Keine Ahnung. Es geht ja auf jeden Fall wirklich den ganzen Abend jetzt schon so, ne? Ständig ist es am Ruckeln. Okay, der hat mich jetzt nicht gesehen. Ich bin jetzt hier noch an Jinn. Der ist auch direkt am Außentor, glaube ich. Ja, genau. Oh, genau. Hm. Hm, 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 hm. Mhm. Sind einfach nicht her gekommen. Ah! Alle sind jetzt an diesem... Haha. Ja, perfekt. Ja okay, dann mach mal auf. Oh Gott, ey. Ich hoff mich mal hier hin. Er will mich runter machen. Und er schafft es nicht mal. Oh je. Ich renne! Ich renne einfach! Bist du auch raus? Tobi? Warte mal bitte. Du kannst von mir aus raus, ja. Ja, und ihr? Ich will gucken, ob ich noch irgendwelche Totems fände. Achso. Es waren alle hier um mich herum. Ja, ich weiß auch nicht. Du brauchst auch nie angucken. Mein Freund sucht Totems. Ich geh raus. Ne, ich brauch die Punkte, ey. Ohne Scheiß, ich bin jetzt nicht so gut. Ich freu mich ja auf jeden Fall, wenn ich mal ein paar Pünktchen kriege. Na, so viel weiß ich aber auch nicht, ne? Ich bin jetzt noch bei dir. Du bist noch in den Keller gegangen. Oh. Oh Gott. Ich haut da hin, ja? Keine Ahnung. Ey, meine Nerven. Ach du Schande. Ach du Schande. Du musst halt aber auch immer ausreizen, ne? Bis zum letzten. Ah, der Toti. Ja, 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 ja. Tobi, geh jetzt raus, bitte. Ey, nein. Oh. Nicht. Was machst du? Ey, guck mal auf die Leiste. Du wirst gleich aufgespießt. Oh. Hin. Hin. Kehr. Na, schade. Ah. Ich krieg die Krise. Sag mal, willst du nach der Sterbe? Ich soll dich zu fassen. Ich kann nicht mehr. Oh. Verflucht nochmal. Meine Nerven hier. Oh Gott. So hat er dann wenigstens ohne Punkte gekriegt. Ai, 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 ai. Das kann doch nicht wahr sein. Na doch, siehst du doch. Boah, nee. Schönen drei Truhen habe ich jetzt. Na, dann muss ich jetzt auf jeden Fall noch mit der Juul spielen. Ähm, ich hab nur 10.000 Punkte, okay. Hm. 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 Weiße Abwehr ist immer, egal was irgendeiner opfert. Ach ja, der Tag ist heute so richtig schön. So richtig schön ums Sch*** zu lernen. Sch***. 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 Oder ist der Kerbanisch gerade hier? Ich hab keine Ahnung. Klingt eh bitte gleich. Sch***. 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 Und Jason, hast du dir schon den Teaser hingezogen von der Pärche? daylight was meinst der wird der nächste killer werden ja das ist echt eine gute frage les gedenkinstitut ist drinnen elementary school auch gillian fleischfabrik auch ja ist schon klar ja dann habe ich nur einmal hätten fehlt aber es hatte ich in den handen fehlt ich will auf jeden fall nur nicht in irgendein gebäude ich überhaupt keinen bock wenn er nicht wenn da nehme ich es raus müssen wir sagen soll kap immer den sumpf roter wald ist besser dann ist gut roter wald dann nehme ich ich hätte gerne was alle ein paar pünktchen kriegen hat es alles nur besitzer augenlärten keller boden luke wieder nur besitzer das ist echt schade nur besitzer und besitzer naja gut ja da kann ich dann tja ich kann nur für mich was nehmen tut mir leid ne salzbeutel glück aller überlebender ich nehme den blöden salzbeutel ja gut nach der runde muss ich mal aufglöchern 3 von 5 drohen ok nach der runde nach der runde Mach nur halbieren. du wurdest auf 13 heute zurückgestuft ist immer noch 13 dauert aber wirklich lange naja ich bin ja auf 17 zurückgestuft genau ich habe mich gerade das ist so nervig aber naja das ist schon seit Jahren so also daher was sollst du noch das was nutzen werden sie denken wann hört das gejaule auf was die runde schneller beginnen ein bisschen musik am freitag den 13 am lagerfeuer im dbd und sie höre den tobi lagerfeuer hitparade eine reaktion die runde wird lagerfeuer lieder heiße lieder jane romero die hat man außer jenny selten ja die dicke eva die bärter die hat bestimmt so was ich gehe nicht weiter im detail nein nein ich glaube da hört man schon tatsachen rufen das ist jane ich meinte die bärter meine dort die dicke bärter die folge wuchert die seranie mit der hektensäger freischneider ach genau alle mal heute mal fröhliches lachen das leben wir schon hart genug das steht viele lachen werden wir richtig alt werden über 100 jahre ja dann sehen wir aus wie so ein chinesischer fahrtenhund das ist erstmal egal ob sache man hat so ein hohes alter erreicht ok botox genau dafür gibt es ja dann genau botox hyaluron creme und gibt ja so viel zeug wenn ich dann lasse ich meine haut mit straffer tackern besorge ich mir einen tacker und dann ist es jede einzelne falte tacker ich weg dann sehe ich wieder aus wie keine ahnung kaviacreme kaviacreme ja die schmieren sich alles auf die haut die glauben wirklich an alles hauptsache ist teuer goldpartikel kaviacreme ich habe schon zu mir gesagt wenn ich mal irgendwann mal richtig alt bin und ich hab was ich nehme wie viele falten in die sich dann lasse ich mir ein schlauchboot lippen machen dann passt der wenigstens altfaltig ein schlauchboot lippen ach da hat nicht jeder die sehen doch alle klatsch aus ey die machen sich dann noch botox in der haut wir sind schon wieder alle zusammen an die kiste ich muss euch verlassen ich bin schon wieder auf session wann ist denn hier ja aber nur noch ne jede runde ja und der killer ist direkt hier ja sicher ruck dich neben die ist egal neben die feuertunnel dann wird man doch überhaupt nicht angeleuchtet und macht so viel sinn so vier von fünf kisten und ne karte really ich kann mit ner karte gar nix anfangen also wenn einer ne karte braucht die vornesten kisten ja ist nicht ich jetzt mal hier hoch auf den treppen wird man so schön gesehen und so beleuchtet lustig ja wir haben den todesboden ich werde den djinn nicht finden ich schätze mal wenn ich auf diesem fenster springe ich dann komplett hier runter gesprungen ich werde den djinn nicht finden körper stöcher ja den mag ich gar nicht aber wenigstens nicht in der western map und ich sehe ihn und wahrscheinlich sieht er mich hier oben auch ich sehe euch am haken da hinten na ja das glücklich schon jeder rennt da hinten rum der müsste mich doch hier oben eigentlich auch sitzen sehen aber nicht aber ich sitze im grünen gras und ich sehe dann alles da unten ja ich sehe dann alles da unten und einer rennt der andere wird wieder aufgang und mein djinn ist aber jetzt gleich fertig und ich kann jetzt nicht aufhören aber der kommt hier hin das ist ein sack ne oh der hat mich hier oben gesehen äh wirklich leid ich muss weitermachen ich kann jetzt hier nicht aufhören ja jetzt muss ich leider nee der verfolgt mich gar lass die kette los nein geh weg von mir ich hab die kette vergessen ich hab die kette vergessen ah ich hasse ihn weißt du was ich war da oben und ich hab gedacht dann cool wie ich bin und schlau spring ich mal schnell runter aber nein 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 ach mach keine spielchen so ist gut ey ich hab leider nicht kommen ich kann einfach runterspringen und wegrennen aber nein warum hasse ich ihn wegen der kette hab ich es vergessen ja jeder macht fehler manche sind leider täglich ach man ey was hab ich denn jetzt vergessen ja ja scheiße ja jetzt hat gejammer hier am haken auch nichts mehr Mist hm nein der nächste hängt schon wieder am haken und kommt natürlich genau wie ne gott sei dank nicht hier hin auch dankeschön und ich häng wieder am haken hör mal da hat die mich vom haken gerettet der ist das ist ein absoluter Tunnler sagst du immer ne oder Camper Tunnler ja er schnappt sich die die am haken kommen na ja genau er ist jetzt auch übrigens hier ich sehe ihn und jetzt hat er mit dem killer das ist jedes mal echt totaler teaser ich hasse es wer kommt da wieder ja entweder die jane rettet mich ah ist schön aber ich warte mal da hinten ist ne kiste bitte bitte lass mich doch ein Wannikoffer finden ich bitte dich ich bin nur ein Wannikoffer echt ist mir sonst egal die Sau wieder nur nein aber meiner ist besser Mist ja die ist so am jammern hier ok die da hinten am haken hat noch ein bisschen Zeit ja brauchst du nicht hampeln ja ne rote Leiste ist ja grad mal am Anfang ey kann man zwischendurch den Gin machen hier ja muss ich da hin ja nein ich bin direkt bei ihr dauert nicht lange nur die ah ja gut er steht daneben also ich würd's da kommt jetzt gleich hier hin so jetzt ist er gleich bei mir die holt so laut ja ich hänge jeder hier dran ich asser es langsam ach man ey lässt er einen nur liegen ne weißt du die spielweise die ist manchmal hier wirklich richtig müß naja man muss ja tunnen können ne naja man muss ja tunnen können ne naja nicht richtig übel ne ja genau ja genau oh Gott dann nehm ich jetzt mit genau lass mich wenigstens nicht liegen aber das ist wirklich nicht das letzte naja 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 mal ach ach wie das ist Bist du mit der Jane noch? Okay, die Jane ist jetzt gerade an. Ist pfiffig, da hat sie sich mal eben schnell die Werkzeugkiste geholt. Es ging der Jane mal gerade dreimal schneller. Ja, drei Viertel hat sie. Oh Gott. Ja, der hat sie. Ey, der ist das... Oh Mann, ey. Die konnte sich wenigstens befreien, die ist ein bisschen besser als ich. Oh Mensch. Ich komm von der blöden Kette nicht los. Warum waren wir nicht da? Dann hat sie wieder. Aber die befreit sich immer. Trotzdem. Liegt sie. Mann, ey. Hä? Ich bin noch kurz bei dir. Ja. Hm. Hä? Was ist denn jetzt? Wie geht bei dir? Äh... Bitte, möchte er gerne. Lässt er dich raus? Ja, sucht du, Luca. Echt jetzt? Ja, aber ob er mich rauslässt, wollte ich gerade sagen, man weiß nie, das hatten wir schon, ne? Und dann lässt er dich da liegen, macht die Luke Klatscher vor deiner Nase zu und du kannst dann irgendwie gucken, wenn du klarkommst mit deinem Frust. Ja, genau. Hm. Das wäre ja mal nett, ey, wenn er den letzten Spieler mal entkommen lässt. Hatten wir lange nicht. Also muss man wirklich sagen, hatten wir wirklich lange nicht. Die letzten Spieler, die waren echt so. Ich habe die ja auch bis jetzt eh mal gehört, ne? Wie du, oder? Hm. Die ist hier, die ist hier, die ist hier. Irgendwo, ich habe... Hä? Ähm. Ähm. Nein, ich hatte auch gerade irgendwas gehört. Hä? Du meinst, da hat ein Spielfehler? Die ist verbaggt. Da ist ein Spielfehler, ne? Weil ich höre, ich wollte sie nämlich sagen. Habt ihr doch auch schon gehört, ey. Ja, die ist verbaggt. Ach. Ja, siehst du, den... Ach, du meine Kacke. Ja, was ist das denn? Ja, was soll er machen jetzt, ne? Scheiße, der hat... Der hätte dich rausgelassen. Der denkt Käse jetzt hier wieder an, ey. Ach, das ist doch nicht zu fassen, ja? Ist doch nicht normal. Ist doch wirklich nicht normal. Ja, guck mal, wie du verpackt hast. Der weiß ja auch nicht, was er machen soll. Ach. Ey, ist so traurig. Meine Nerven, ey. Das ist heute die ganze Zeit, haben wir hier schon Probleme. Jetzt nur so Käse, ja? Ehrlich? Ja. Äh. Ach, DVD. Mann, Leute, ey. Gerade war doch ein Ab... Ja, der haut auch... Ist so... Ah! Ist so Käse. Fällt ja keinem. Ach. Ja, der hat sich ja keinem was ein bisschen. Mann, 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 Mann. Aber, ich sag mal so, wenn er dich jetzt rauslässt, ist ne coole Sache. Guck mal, da hätte ich sogar durch die Lupe gelassen. Also dieses Spiel ist einfach wirklich... Manchmal frustrierend, ohne Mist, ne? Ich sag mal so. Ich sag mal, da hätte ich seinen Ballen. Das war wirklich so ein Ballen. die sich da irgendwie erlauben da habt ihr euch verdient ja wirklich noch ein paar schöne klümpchen machen da sollte man ihr spiel reparieren ja dann soll ich bin halt mal mehr um ihr spiel kümmern als auf jeden fall den ganzen tag ist man hier heute mit lex irgendwie beschäftigt ich bin so schlecht man jetzt auch mal ein bisschen ruhig na nein mach mal wieder nach punkte richtig ist ja er hat werden spielt er hätte dich raus gelassen alles super ja weg ich bin hier richtig haben die sich auch nicht anders verdient jetzt was mit kakao den ganzen runden schon ich bin selber schuld aber wie es rausgebracht haben neue klamotten so wie cat und dog day ja toll schön das hat einzige was zu können naja klappt nicht ja geld richtig aber der spiel spaß ja bald dem käse hier ich denke nur an den an den bild vorhin bei dem art bei der einen runde er tat mir richtig leid will er blenden sagt in dem moment war wieder ein leck äh klatsch bootfahrer bootfahrer aber es geht so verdästigt hinter mir naja man weiß wie es endet aber auf jeden fall kannst du noch ein paar pünzchen machen das ist als wenn du sofort tot gewesen wäre ich glaube da bin ich echt zum außentor guck mal da hätte ich doch nicht durch die lücke raus lassen wollen wir natürlich jetzt genau das war irgendwie ja der killer kann die das außentor ja das wüsste ich gar nicht ja guck mal ich wusste wirklich dieser killer sehr 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 fair der war gerade selber total überfordert an einer luke die nicht da ist mit einem gelben licht das nichts bringt und das ist das spiel wahnsinn und trotzdem hat er die nerven behalten hat uns beide noch punkten lassen mann 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 leute ja ja einfach also wie ihr sagt die back fix das hat leider ist nichts gebracht und gar nichts aber da haben wir jetzt haben wir dann waren update wahrscheinlich nur für die klamotten ich muss jetzt mal eben nötig auch blöd ich wollte ja gerade schon die ganze zeit aber ja war trotzdem nicht also ich kann kann wirklich gut jetzt also ja schön der hat seine punkte gemacht er hat ja auch die leute halt ich finde das immer schön weißt du auch wenn die dann manchmal drei überleben da halt am haken haben dann haben sie ihre punkte und dann hinterher zu sagen okay der letzte der hat sich auch erkämpft lass ihn raus schön war jetzt ein bisschen komplizierter durch die ganzen wachs hier aber ich habe das noch nie gesehen ich meine du spielst ja lange aber ich habe das erste mal jetzt so gesehen dass eine luke da war aber nicht da war also sie waren auch nicht mal da ja nee die hatte genau da war nur eine gelbe leuchte über der luke die eigentlich sein soll ja gut ich gehe mal eben dann kurz auf toilette gleich wieder da ne ja kurze toilette pause ich schraub da kurz rein hier ja ist egal okay also ich muss jetzt sonst ist meine hose nass ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 okay ich habe nie auf die farben gehackte auf die zahlen doch mal die katie mal wieder spielen ja ich habe sie so vermisst sie so vermisst die hat auch im plünder so opfer die da habe ich ja kaum noch fleischfabrik wie immer brille gedenk institut will auch keiner ja ja ziel will ich nicht sein und der rote umschlag ist nicht mehr verfügbar neues mondja feier ist ja schon vorbei ich möchte noch mal eben schauen ich glaube ich habe die 15.000 punkte habe doch freigeschaltet ja ja da kriege ich nämlich noch mal schön wenigstens etwas schönes so jetzt habe ich noch ein strategisches bündnis für 60 sekunden eine kooperative aktion aus erklär mal bitte ja du musst einfach bloß mit jemandem zusammen entweder haja ja dann nehme ich dann glaubt das geht das ist ja kooperativ ja ja habe gerade kooperativ ist ja land war verbannung aus dem königreich nicht nur aber ruhig ja hä hä aktueller folie amts folie amt acht befreien Da steht Erinnerung 881, Verbannung aus dem Blütenkreis, Erinnerungen Jake-Paar. Hast du das immer durchgelesen oder gehört? Ich kenne das gar nicht. Beim Gedanken daran, Rippchen zu essen, rauchig, gegröllte, saftige Rippchen, kaut Jake auf seiner Unterlippe. Er schüttelt den Kopf und konzentriert sich wieder auf den Augenblick. Auf das Wildschwein, das er schon den ganzen Vor- und Nachmittag im Wald verfolgt. Aber er kann die Gedanken nicht aus seinem Kopf verbannen. Es war noch nie so schwierig, konzentriert zu bleiben. Wenn er nicht gerade ans Essen denkt, denkt er an die Vergangenheit. Hast du das echt noch nie gelesen? Ja, nein, ich weiß, wir sind im Stream-Show-Off. Ich hab das noch nie gesehen, ey. Und hätte er schlafen, wenn die Zuschauer ein... Toll. Siehst du, dann hast du auch was wieder für deinen YouTube-Channel. Du machst dich lustig über mich. Nein, dann hast du auch wieder was für deinen YouTube-Channel. Du brauchst ja keine Geschichten lesen, dann liest du einfach die Story über dich überlebt. Ich werde niedergemacht, wenn das jemandem aufgefallen ist. Ich werde gerade völlig runtergeputzt. Nein, wirst du nicht, bloß sauber gemacht. Toll. Ach, nee. Ach, ähm. Ich bin echt lollig mit dir. Ja, richtig. Aber ich habe mir so viel gelacht wie gerade. Ja, du kannst ja nicht über dir lachen. Das ist ja unmöglich. Denn dann müssen ja andere über dir lachen. Aha. Und außerdem lache ich nicht über die Sonne mit dir. Ich kann aber nicht lachen. Kannst du ja. Nie f*** ich nicht über mich selber lache. Aber die Sache war gerade echt ernst. Ich fand das voll cool. Ich habe das wirklich noch nie gehört. Dann kannst du ja mal den Durchlesen bei deiner Kate. Ja. Das mache ich alles, wenn wir mal offline sind. Ich wusste ja nicht, dass es das gibt. Wir können ja von mir aus auch jetzt nicht. Ich darf mich auch mal Sachen entdecken. Nein, wir brauchen keine Geschichtenstunde machen. Oh Gott. Nein. Keine Märchenstunden. DVD am Freitag, den 13. Ist mir schon klar. Unterbrech nicht weiter. Aber ich fand die Geschichte einfach wirklich gerade. Ich habe. Ja, ich weiß auch nicht. Habe ich noch nie gesehen. Das kam gerade so über dir, ne? Ja. Ich wollte die Geschichte lesen. Die Geschichten aber von den Killern ist interessanter, muss ich ehrlich sagen. Oh, ich glaube nicht. Weil die da mal früher so waren und so, das ist sehr interessant. Hm. Am interessantesten finde ich die von der Krankenschwester und von dem Geist. Was ist Springwood? Sag schnell. Ich habe schon mal die Opfer, alles gut. Ja, ist egal. Ist Springwood drin oder draußen? Draußen und drin. Weil ich habe meine Punkte noch nicht eingesetzt. Deswegen frage ich gerade. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. In welche Richtung? Oh, dunkle Wahrnehmung ist selten. Dunkle Wahrnehmung ist selten und Niederwild. Was soll ich nehmen? Anscheide du. Nein, du kennst dich doch aus. Nein, ich bin nur hier. Nimm, was du möchtest. Niederwild ist halt eben dafür, dass du halt die Toten schneller findest. Die was? Totens. Ja, ich habe verstanden. Wenn du das wie Brotkrumm schneller findest. Wobei man denkt, sind wir bei Hänsel und Gretel oder was? Ja, nein, dann haben wir auch die Böse. Ach Mann, ey. Ja, warum haben wir das Lohnhaus? Nur mal lauter reden. Nimm mal das Handtuch aus dem Mund. Nee, das muss drinne bleiben. Ach, Tobi, echt jetzt. Ich kriege die Krise. Ja, ich habe es ja. Aber ich zeig doch nicht nach außen. Eieieie. Was ist denn da los bei dir? Ach, die machen gerade wieder Party hinten im Garten. Wer will mit? Ab zur Carola-Party. Wir stecken uns alle an. Auf die Durchseuchung. Scheiße, auf die Impfung. Oh Gott, ey, bloß nicht. Corona ist alle da. Aber nee. An uns Spaß. Nein. Impfung ist wichtig. Aber auf jeden Fall ist hier gerade mal wieder Party. Jeder hat seine Meinung. Ja, das ist recht. Das stimmt. So hat er noch. Ich habe ja nur 7.000 Punkte. Ich wollte ja eigentlich nur einsetzen. Vielleicht schaffe ich das noch schnell. Ja. Ich wollte hier weitergehen. Ach nö. Nö. Ich weiß nicht. Nein. Warum kann ich da nicht hin? Ach so. Ich habe noch nicht genommen. Ja. Los geht die Runde. Genau. Auf die nächste Runde, Leute. Und sie haben sogar eingefängt. Oh Gott, geht's los. Die haben so echte Fans, Junge. Die schreien sich die Kehle auf. Meckmillen. Oh, schön. Ja, die kommt dem Sumpf hieropfert. Hätte ich mir sparen können. Scheiße. Ja, oh. Ja, auf jeden Fall sind wir nicht drin. Ist doch schön. Aber drin zu sein ist nicht. Tobi, es ist schön, dass wir das auf jeden Fall, dass wir das gest... Äh, Tobi. Ja, was denn? Ist doch so. Ja, schön, dass du das gespendet hast. Oh, was ist denn mit deinem Donner? Okay, ja, freut mich auch. Eine Spende, bitte. Eine Spende, bitte. Dauert lange. Ich habe schon gedacht, nicht, dass das ignoriert wird und wir kommen jetzt in irgendeine Würde Schule oder so ein Mist. Wie lange gedauert. Ich bin mit dem Gym, ich kann nicht mehr reden, da. Okay. Wir haben die Hexer. Nein, bitte nicht. Oh, ich habe... Ich bin hier. Ich bin mitgebracht. Oh, ich bin mit dem Dino. Bist du denn? Okay. Ich bin mit dem Dino. Ich bin mit dem Dino. oh gott direkt in der nähe ist der film fertig nicht gut mann schön jetzt ist mir verscheid und schon fängt mein Pörke frei und nix ja lass dir noch 30.000 Milliarden fallen los komm genau und noch mal einer komm ist mir noch zu wenig die Hexe macht auch ich vergesse das immer die macht auch die Fallen ok ich dachte mir das falsch zu sein perfekt ein schönes fertig nächstes etwas oh gott da kommt sie mir auch noch entgegen ich bescheuerte Kuh weißt du was ich gemacht habe die hat mich gar nicht gesehen ich habe die Palette umgeworfen das ist meine Nervosität hier manchmal da könnte ich die Krise kriegen anstatt dass ich einfach wegschleiche wie jeder andere Spieler nein ich renne in die entgegengesetzte Richtung und werfe die Palette um damit sie mich auch wirklich sieht ja das kann mal so dämlich sein aber es ist auch ich werde es irgendwann hinkriegen irgendwann Quatsch ich kann mich nicht mal umdrehen ich weiß auch nicht wo die ist ey ich hab keine Ahnung wo die ist da auf jeden Fall ist sie nicht so gut die hat echt lange hinkraucht um sich zu kriegen also ein guter Spieler ein guter Killer der kriegt mich schneller naja die Hexe ist halt ein sehr langsamer Killer ja ah ok weil ich dachte da krieg ich jetzt an dem Killer also an dem Spieler halt weil ja die Hexe ist klein und hat kleine Bene ne ok da ist man halt eben nicht so schnell ja 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 voll verwunderlich weil die Meisten mitkriegen mich immer so schnell glaube ich ja 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 Fluchruhin hau mit genau hau mit genau hau mit mit max Au, die hat sich sofort hierher gebeamt. Da hat der mich geheilt und dann kommt die sofort hier an und schnappt mich wieder. Ja toll, also weißt du Bescheid, ne? Naja. Wir hätten eine nette Runde. Aber ihr seid ja schon ziemlich weit. Ich heilte ein bisschen auf hier. Ich wollte eigentlich nicht viel wickeln, aber ein bisschen mache ich. Wauw. Wauw. Ja. Perfekt. Achso, so leid's ist der locker. Hm. Ich hab einen Kasten. Deswegen, falls die wieder stalkt, ist es besser, wenn ich selbst lache. Ja, ich habe es befürchtet. Die ist sofort hier. Die war sofort da. So ist es besser. Dann, ähm, ja. Es wird besser auch nicht kommen. Mann, ey. Das ist wirklich eine Sauerei. Die stalken einen so extrem. Das war keine Chance, irgendwie wegzukommen. Ja, der Sunny-Koffer ist aufgebaut. Oh, da kann ich jetzt gar nichts mehr mitmachen. Scheide, scheide. Ach, die nächste Kiste ist oben im Gebäude. Da kann ich auch nicht hin. Ach du Scheiße. Ja, ja. Ach, du bist doch echt das Letzte, ja. Du bist das Letzte. Mann, ey, da hat sie gerade den... Na, sehr. Hör mal, du bist sauschlecht. Ehrlich, du bist die schlechteste Killerin. Niemand braucht so lange wie du, um Licht zu kriegen. Ganz ohne Mist. Also kann ich wirklich nur sagen. Auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Runde, Mann, Schotzi. Ich hab mir Barbecue-Chili. Ich hab mir Barbecue-Chili. Ach doch. Nein, 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 nein. Ich hab... Ich bin raus. Na gut, ich warte auf sie. Ich mach dann so lange hier mein Blutnetz. Ähm, ja. Ja. Ich bin raus. Ja, noch eine Falle? Komm. Genau. Hast du noch eine dritte? Nee? Schade. Zwei sind ein bisschen wenig. Ach doch, da ist sie mit. Ich kann doch, wenn mein Tablet weiterkommt, ich sehe dich doch. Echt, ne? Ah! 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 Wow. Ja guck mal, das ist echt schlimm hier mit den ganzen Spielern, das ist wirklich schlimm. Dieses Gezlacke, weißt du, das sind wirklich diese, die nenne ich immer gerne Noobs, die sonst nix sind. Ja, das ist echt traurig, ist aber auch traurig, wirklich, dass jemand anderen nötig hat, weil... Ja. Nee. Aber was will man hier aber, okay, leider nix besonderes. Hier kommen jetzt immer noch die alten Zeiten. Das ist echt, ey. Ich glaube, ich sehe ja. Boah. Ja. Der alte, frische Topf vorn. Ja. Na ja. Ey, warte mal. Wie ich denn doof? Ich hab doch noch ein bisschen Ausstattung, ne? Weil ich keine Opfergaben hab, ey. Nein. Ich hab nix. Ich hab nichts. Aber rein gar nichts. Will ich dann die Kate? Oder... Nö. 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 Warte. Ich will mal wechseln, ey. Nö, 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 nö. Nö, nö, nö. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Da wechsel ich doch lieber. Ähm. Ich... Ja. Genau. Machen wir das lieber so. Und dann nehmen wir... Ähm... Ähm... Da draußen ist auch wieder ein Geschrei, ey. Ähm... Ich nehme 25, genau. Umwickelter Umschlag. 25 Bonus für alle. Nein! Ich sag nur eins Leute da draußen. Macht das alle nicht nach. Macht das nicht nach. Feiert keine Partys. Tut das nicht. Seid nicht so doof. Haltet euch schön an die Regeln und dann ist's gut. Ich, 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 ich... Mann, echt, ey. Das war ja gerade wirklich wieder deprimierend. Ja, da kriegt man glatte Depressionen her. Oh, total. Zum Auto helfen zum Abschluss. Wieso Abschluss? Hm? Wurde Schluss machen? Naja, wir haben ja jetzt nicht mehr den 13. Ja, ist doch egal, oder? Ja, nee... Kannst du entscheiden? Ja, wir können auch gleich aufhören. Kein Thema. Ist auch nicht schlimm. Ganz gut. Nummer eins. Ja. Also, ich bin im Moment noch dabei. Ah, mein Schatz. Das war auch ganz viel. Kannst du machen. Ich weiß, ob wir überhaupt noch eine Runde kriegen. Ich meine... An schlechten Tagen kriegt man Runden wie Sand am Meer. Hört sich irgendwie komisch an, ne? Oder? Was? An schlechten Tagen kriegt man Runden wie Sand am Meer. Hört sich aber irgendwie komisch an. Ja, ich bin auch komisch. Lass mal ein Rohr. Ah. Ah. müde da kommt sofort die runde zur ablenkung ich sag den namen nicht mehr jetzt brauchen wir einen killer der uns abgeladen und hinterher leiden wir an luftmangel gegen die lachkämpfe du hör mal obwohl noch kein killer da ist ist aber schon die leiste grün also aber wir müssen ja trotzdem warten auf den killer wir sind ja in der lobby drin und jetzt müssen wir einfach warten aber aber woher wissen die schon vorher bevor der killer da ist dass seine verbindung gut ist nein das ist unsere verbindung und wenn der klare zu einer scheiß verbindung hat dann wird er gelb oder rot und bei der rote verbindung damit den komplett ausjahr bei der kinder ist der host und wenn er eine ganz beschissene hat dann haben wir auch eine ok ok der caesar dennis ist da vr ja zurück ja dann sagen wir machen das auto heben ist schön ja das habe ich gerade geopfert auto helden ist wirklich für mich geopfert alles als ehemaliger tobi opfer aber jetzt der tobi genau wo ist aber auch richtig auto helden ist aber für mich auch wirklich die beste map ich mag die am liebsten ja gut aussah die polizei map ja die schlimm die möchte ich überhaupt nicht elko ohne no way na zu lange lädt echt ich bin so misstrauisch bitte 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 lasset wirklich auto helden sein und was solltet sonst sein flugzeug helfen nein wenn zu lange dauert eine innen map nebel dann bin nur einer so weit geopfert hat dann kommt man halt richtig meint immer an wir haben sich wirklich drauf verlassen ja ja nach gott hat dann korrupter information woher weißt du das weil die djins haben so eine kralle ich hab ja auch so ein wildes ja 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 ich werde schon angeschossen und da ist er mein freund der trickster mann ey warum sofort am anfang ist das normal und es hat so immer das hat so geleckt ich konnte nicht weiterlaufen es hat gestoppt und dann hat er mich geschnappt schöne seid ihr cool wir sind am spielen wirst du fuhl ob wir voll sind ne äh wir spielen keine ahnung ja also wir sind voll im spiel ganz schlimm ganz schlimm ne ist absolut ganz schlimm ja und sie halt mich und Ich wollte eigentlich nicht zum Trick da... Ich wollte den... Mann ey, ich wollte ihn da runterholen! Ach du, meine Nerven, ey! Ist das wahr? Tja! Ist das ich da bauen? Ich kann's... Nein. Ja, PS4 und PC kann gemeinsam spielen, Dennis. Und wir haben hier auch PC-Spieler mit in der Runde. Hm, leider. Leider geht das auch. Ach, der kommt doch sowieso sofort wieder an. Oh, jetzt bin ich in der zweiten Phase. Oh Gott, ich konnte mich grad nicht bewegen, Alter. Es ist ganz mies, ehrlich. Ist heute richtig krass hier. Es ist echt schlimm heute. Ja, ist auch. Oh Gott, ey. Hat der Ruf einer Krankenschwass dann natürlich? Ja, super! Es ist so schlimm, da ist der schon wieder. Ey, du kommst hier nicht weg, ja? Ach, ist so schlimm! Mann, ich verzieh dich! Ja, ich hab's echt versucht, aber nee. Ähm, du Dennis, wir spielen hier nur zu zweit, ja? Nicht böse sein. Schön, dass du da bist, aber wir machen grad ne zweier Runde. Ah, und tot bin ich. Das ist grad nach einer Runde. Nee, aber, ähm, wirklich. Alles klar, Dennis. Mann, echt, das ist heute wirklich schlimm. Und sei froh, dass du nicht dabei bist. Echt, das ist grade richtig erbärmlich hier. Ist nur am Längen, ja? Du kannst nix machen. Es ruckelt ununterbrochen. Parflex. Hey, der Peter und Sister. Ja, okay, Dennis. Ja, heute geht, äh, was heute geht, fragt der Peter Hans, Mann Schatz. Was heute geht, der By Daylight. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Naja, das geht ja auch nicht wirklich, das ist ziemlich stark am Necken, ja. Was sag ich so? Ähm. Ach, Mann ey, das ist doch alles so ein bisschen Mäusemelken hier. Ach, die Runde ist doch echt nicht mal so gegerbt wie ein Butterbrot. Ja, Peter Hans, da hast du vollkommen recht. Wir spielen auch PS4 und, ähm, ja. Heute den ganzen Runden nur am Leggen. Jetzt stoppte. Du kannst hier nix machen wirklich. Das ist wirklich schwierig, Mann Schatz. Das ist wirklich schwierig, Mann Schatz. Ach, der Viking ist zu lang am Haken, deswegen... Ach, Gott, ey. Ach, ich nehm nochmal Yamaoka, ja? Ja, wir können auch schon, 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 schon machen. Ja, ja, hast du was Besseres? Dann nehm ich dir Milch. Ja, Milch. Ach man. Brauchst du nur sagen, dann lass ich das. Ich habe nur die eine Map, die Marokka ist. Ich habe gerade noch einen Pip verloren, ey. Ja, ne, wenn du mal eins, also wir können, dann nehm ich, ähm, warte mal, ich hab, ich hab nur irgendwie Lux Zeug. Ja, ne. Äh, dann nehmen wir hier Fotos. Ähm, ja, ist auch gut. Ähm, ich will aber, ich wollte eigentlich irgendwas. Ja, dann nehm ich Glück für alle. Ich hab, ich möchte immer gerne mehr Sachen für alle reinhauen. Ich hab da nicht mehr so viel. Ja, vorne. Da war der Praktikant bei der Programmierung auf der PS4 am Werk. Ja, Peter, da, Peter, da hast du recht, ey. Der Praktikant wieder. Immer auf die Kleinen, ne? Ja, ich hab da nicht mehr. Ach, Mann. Was denn? Alles gut. Was? Ja, und mal schönen Dank an die vier Zuschauer, ne? Ja, schön, dass ihr dabei seid. Oder bei der leckigen DVD-Runde. Nein. Ja, das Ding leckt mehr und das soll schon was heißen. Guck mal, sogar unsere Verbindung gerade. Was hast du gesagt? Ich hab gesagt, dieses Spiel leckt mehr als Lassi und das soll schon was heißen. Ah, ja, guck mal. Da wurden mal eben drei Worte einfach abgehakt. Irgendwas ist doch heute wirklich nicht, hä? Ja, oder was? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Vielleicht liegt das doch wieder an meinem Controller, der See ist. Ach. Glaube ich nicht. Ich ja. Eine neue Runde und eine neue, ja, antidepressive Tablette. Ja, ich denke mal, viele Leute sind wahrscheinlich schon rausgegangen. Wegen dem Ganzen. Äh, lecker. Ja. Ei. Hey, noch eine leckene Runde. Ach. See. Eine neue Runde ist wie ein neues Leben. Sehr wie ein neues Lecken. Schla-la-la-la-la-la-la-la. Ne, wenn er eher schla-la-la-la. Oh, nee, oh, nee, oh, nee. So. Oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee. Ich blicke gar nicht mehr durch, ey. In der Materie. Oh, Gott. Ob der uns da helfen könnte, das ist eine andere Frage, ja. Ne. Ich glaube auch nicht. Ich wusste, dass du das sagst. Ich wusste, dass du das sagst. Oh, Gott. Nee, der wird uns nicht helfen. Da kann man doch rein mal sagen. Hör mal, der Dwight, der kann aber auch nicht rein drücken, ne? Nee, nee, der findet... Also, das ist sehr schwierig, wirklich. Ja, glaube ich auch. Jede Berührung ist ein Hindernis. Ach, Krotusbren. Ja, draußen. Ach, Krotusbren. Willst du jetzt wieder sterben, wie die fliehen? Haben Flinketer? Oder nicht? Hm. Na, das ist auch schön. Das ist doch sehr schön. Denn, was spielst du denn? Überlebender, Killer? Ich glaube, nicht Killer, nicht, dass wir uns begegnen. Vielleicht hast du ja Glück und wenn du Überlebender bist, vielleicht treffen wir uns ja in der Runde. Ja, genau. Die Welt ist klein und jetzt recht die andere Welt. Ja, war schön, dass du weiter dabei bist. Nebenbei beim Zocken. Das ist so schön. Überlebender, naja, ist doch schön. Wer will es? Vielleicht begegnen wir uns sich, ja. Genau. Dann können wir uns unterstützen. Na, dein Rannern sei schon mit dir wehnt. Schlechter werden. Na, wenigstens bin ich hier mit meinem Schatz. Na, du bist aber ganz schön knapp angezogen, ey. Ja, na klar. Das dauert ja nie lang und dann ist ja nackig, Junge. Ich weiß, wie das abgeht, Junge. Die Büchse der Pandora, Junge. Psst. Ich bin an Jim. Ich weiß, dann kann ich mich nicht mehr reden. Ich muss mich von so schön nehmen. Ja, dann bestimmt. Okay, Dennis. Ja, ich hab gekloppt. Ja, ich lese auch keinen Chat mehr. Entschuldigung. Nein, ich lass dich. Ich bin schneller ohne mich. Stimmt zwar nicht, aber okay. Ich mach den Toten. So. Das ist so gut. Wir haben den Geist. Ja. Es ist so verdächtig. Ich hasse es. Irgendwie war das alles komisch. Der geht aber auch nicht weg, ne? Nee. Und wenn du den, wenn du den an der Hacken hast, der geht nie weg. Der geht einfach nie weg. Der ist so furchtbar. Oh Gott, der weiß. So war von Verschwendung. Ich halte ihn ein bisschen auf, ne? Oh, muss da nochmal. Ja, warte mal. Ich wickel ganz wild. Vielleicht lässt er dich dann, weil er sich denkt. Sie kommt frei. Sie kommt frei. Renne, 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 renne. Mann, ey. Dämlicher. Bitte. Ich hab nur gedacht, weißt du, vielleicht kann sie ihn wenigstens ein bisschen ablenken. Bitte. Nee, kein Dank. Mann. Oh, Schatzi. Man kann ja alles haben. Ich muss mich kurz beruhigen. Hab ich ja gar nicht mitgerechnet. Oh. Okay. Ja. Der weiß wahrscheinlich eh das gleich. Ja, er cremt hier. Macht Schins. Warum sehe ich ihn nicht? Ach, ist der unsichtbar oder was? Ja, er macht Schins erst komplett am Campen. Ja, das ist so ein Rund. Ja, aber ich hab den Perk, ja. Ja, wenn... Ach, jetzt hab ich ja schon Softathlet. Wenn er sich unsichtbar macht, dann sieht man ihn nicht. Aber jetzt ist er... Ah, ist hin. Ist hin. Nee, ist hin. Der ist schon am Campen, ja. Ja, und solche Runden kriegt man nur am laufenden Band. Entweder Sluggen oder Campen oder Tunneln. Geil. Weil dieses Spiel ist einfach zu viel Kost. Ähm... Nein, 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 nein. Für solche. Oh, ups. Man hat keine richtig guten Spieler mehr. Die noch halbwegs fär spielen. Oh, der ist da, ja? Oh! Der exaktiert doch die ganze Zeit und schlägt doch mal ein. ghäber, äh... Gertz, ja, dann geh' ich mit an den Jimlux. Ich sehe dich aber... Entschuldigung, fäng' den. Oh, shit, ey. War man gleich wieder hier so'n Treckscamper, Alter. Cast, wann... Die... Die müssen mal was gehen sollen. Oh Mann, das ist echt... Stamm. Bist du raus? Ja, wenn er kämmt, dann bin ich noch mal raus. Ja okay, ist okay, ist okay. Ich muss es nur wissen. Wir sind jetzt ja im Gin. Alles klar. Ah, ich klocke! Ich versau ihr den Gin, ja? Oh, ich hasse das mit dem Geist, echt. Und jetzt. Ganz ruhig. Wer ist hier? Ja, ja. Ich hab ihn auch schon gesehen. Das ist unmöglich. Also mit dem Geist, ich... Also ich hab noch keine guten Erfahrungen mit dem gemacht. Ist einfach nur kacke. Einfach nur erbärmlich. Ja, bestimmt, bestimmt. Ja, da bist du immer noch. Ja, bist du immer noch da? Ach Mann ey! Ja, okay. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die anderen rausgehen. Nicht, dass die herkommen. Nicht dumm sein. Dagegen kannst du halt nicht machen. Deswegen, ich unternehme jetzt einen Fluchtversuch. Nicht, dass sie herkommen. Nein. Nein. Auf Wiedersehen. Weil sonst kommt hier keiner raus, ja? Wenn die zurückkommen, das geht nicht. Nein. Ich hoffe, die kriegen das mit. Bitte, 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 ja. Ja. Der Fick. Sehr, sehr schön. Da braucht ihr echt Nerven heute, ja. Hm. Ja, aber so ist das, ne? Das ist kein Let's Play, da kannst du nicht irgendwie zehnmal eine Runde machen und dann siehst du dies, scheiße, dies, scheiße, da sortierst du aus oder hier. Das ist halt live. Und da hast du alles dabei. Jeden Käse, den es gibt. Oh. So ist das. Hm. 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 Ich spiel echt gerne mit der Meg Johnson, ja. Ich hab die am Anfang überhaupt noch auf dem Schirm gehabt. Ich find die richtig cool. Ähm. Hm. 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 hey. was? ach. habe ich das schon mit den herausforderungen richtig gut hatte ich hab die 15.000 überlebe während drei andere über den kommen wo ein wille ist während du verletzt bist und all seiner wille auch mann und die glühen wieder soll ich denn jetzt nehmen ich habe mich mit den druck egal das nicht drauf die mit elementary school ist drinnen und aus dieser brief was Hmm. Hmm. Ach ja. Sekunde, bin sofort sofort. Ja, ich komme auch gleich wieder. Nämlich auch kurz danach. Ich wollte nur eben. Ja, ich komme auch gleich wieder. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 nein nein der beste kommt zum schluss das beste kommt zum schluss genau zeigt immer was sagen es gibt auch ein perk details und das beste kommt zum schluss darf ich weinen es ist so schlimm hast du dir was dazu ein killer park gibt das ist richtig gruselig ja meine nerven da haben wir zum schluss noch mori ach nö denn schon dann schon ja toll dann kommen wir bestimmt auch noch jetzt sind wir also nicht am besten poli war cool ich mit meinem lahmen jake na gott er bitte nicht ja das wäre jetzt echt der hammer wakon city mit jake perfekt ich habe ja nicht mal meine perks die ich alle brauchen konnte ich da muss ich echt atmen nein nein der sumpf ist draußen ja 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 perfekt hat er nun nein oder ja da ist doch schon nein ich bin froh du bist voll froh nach froh ich bin froh aber der killer spielt mir grob die bf heißt wir haben wieder den gleichen hast du das wieder gesehen wie mit dem ganzen dünnen die da nah an sein warum spielen die meisten die den körpertypen spielen immer mit korrupten der wälder werden kapiert nicht er ist nicht versteht nicht ich bin oben an der holzbrücke und dann es ist so hell schnitzende eigentlich ich bin oben nur es ist ja nein er steht direkt auch noch vor mir ja sicher da hat ich kann ich mich der befreit ich hasse ich keinen zu da welchen knopf welcher knopf jedes mal hinten laufen Toll, das hat er auch so gemacht. Schieß noch rum. Er zieht da den Nächsten an sich schon. Dankeschön. Ja, ist schon klar. Was mache ich? Ich renne gegen den Baum. Oh Gott. Er hat mich schon wieder, ja. Warum kann ich den nicht wieder schlagen? Ich will eine Waffe. Ich brauche eine Waffe. Ich bin nicht so hilflos. Gott, Gott. Jetzt werde ich noch gehalten. Der kommt eh gleich wieder hin. Das ist ein Sausack. Da kannst du nichts machen. Ich habe ihn. Ich halte ihn. So. So. Tja. Ah. Spielen wir mit Ruinen, mein Junge. Sind wir so schlecht? Und wir haben noch eine Waffe. Ich bin nicht so schlecht. Oh, ich bin nicht so schlecht. 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 Lass ihn mich wieder hier kommen. Ich seh hier ja nichts. Dann sagst du die Map ist hell. Aber ich seh hier gar nichts. Wer bin ich? Der ist schon wieder hier echt eh. Ich war wieder hier. Das ist doch wirklich toll. Ich seh alles. Ich bin ja recht hell. Der zieht sich die ganzen Haken. Kommt er jetzt echt zu mir? Hat er diesen scheiß Perk? Ah voll, ganz schön. Ja ist gut. Ach man ey. Was ist das jetzt? Wow. Das sah jetzt richtig scheiße aus. Aber was kann das denn jetzt tun? Oh. Was war das denn jetzt gerade? Oh. 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 Na toll. Oh. Ach du dicke Flunder. Oh. Oh nein. Verdrückt. Oh. Ey das sah gerade aus. Der ist hin und her gezittert wie doof und so. Ey das sah mal richtig 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 komisch aus. Ähm. Ja auch. Ja auch. Oje. Gibt's auch weg? Ach nee. Nee. Es ist so gut so, dass es jetzt weh der zur Indie ist. Es ist eh wer zu wie heute hier spielen ey. Ja. Das ist eh ne der macht ja nur die Ginz und kümmert sich gar nicht mehr an den Überlebenden. Den ist dann scheißegal. Beste wir müssten auch mal so denken. Wahrscheinlich auch schon aufgegeben ey. Wir sollten auch mal öfter so denken. Einfach mal wenn irgendjemand am Hafen ist einfach nicht hin gehen. Nein diejenige oder der rennt gerade zu dir. Der ist unterwegs aber wie. Der hat auch auf deinen ähm. Oh da hat der aber echt. Oh Gott. Scheiße. Ja. Der ist vor allem los. Ja ja. Der hat jetzt versucht den Gin so weit genug zu machen. Sie hätte eigentlich den Scheiß-Sinn loslassen sollen. Dann hätte zu uns hinbekommen können. Dann hätte es oder vielleicht. Ja. Sie stand jetzt direkt vor dir und du warst weg. Auch nützt. Er hat den Gin irgendwie schaffen. Ah. Also jetzt hin und her zu rennen. Ja die wartet die jetzt auch. Ja die wartet. Dass der andere auch krepiert. Da war nämlich ein Gin anstatt den jetzt irgendwie zu machen oder so. Nö nö. Die wartet jetzt. Damit der nächste krepiert. Hm. Das ist echt nicht schön. Nein. Das ist nicht schön. Oh. Ja die ist schon am Ausgangstor. Die wartet nur. Oh. Ah ist übel. Ja genau. Und jetzt. Jetzt ist sie hier unten. Hm. Na jetzt bin ich mal gespannt. Nee die macht ja irgendwelche Doku Rollen da mit dem Kühler. Nee ne. Ich kann auch rausgehen. Nee alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ja komm wenn ich mal aufmachen. Ah ok. Ah ok. Wenn jetzt. Das ist komisch. Das ist komisch. Das ist komisch. Ja. Das ist komisch. Hallo. Das ist komisch. Ja. Ich hab auch keinen Bock. Ja. 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 einfach so wenig ist auch nicht schlimm so leute dann würde ich mal sagen dankeschön dass ihr da wart und damit würde ich jetzt sagen dass wir jetzt hier mit beendet und ja wir fanden die runden heute ja gewöhnungsbedürftig und tipp mit dem lecken naja man erwarten ja der einzelber dude funktioniert das ist ja der shop der rest nicht aber ist ja immer so da probiert rein fließt da muss ja immer alles laufen und ja ich wünsche euch dann jetzt noch ein schönes wochenende und haltet die ohren steif damit macht es nicht gut sondern macht es besser das was von mir ihr lieben und schatz möchtest du noch was sagen ja ich freue mich auch dass ihr dabei war und ja waren wirklich echt total kritische runden heute hier ich muss auch wirklich sagen ich muss mich manchmal wundern aber war schön hat spaß gemacht trotz alledem schön dass ihr da wart und zum nächsten mal würde ich sagen dann sage ich mal schau kakao ja